Schnauzi ist eine Marke. Der Udo hat uns gerade Knochen mitgebracht. Riesengroße Knochen. Schnauzi lässt sein liegen. Und wer hat den sich geholt? Weil so ein kleiner Hund ja wirklich zwei so riesengroßen Knochen braucht, ne? Ja, ist klar, ne, Caliman. Du brauchst die unbedingt, ne? Die sind bald so groß wie du. Da sind meine beiden Weiber. Nee, Schnuggi, ist nix für dich. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Oh, mir ist der Arm ganz taub, der linke, ne? Ich hab die Püppi jetzt so lange auf dem Arm gehabt und gekrault. Entschuldigung, hab ich dich nicht schön getroffen, ne? Das ist so, wenn man durch die Kamera guckt, kleiner Mann. Entschuldigung, Entschuldigung. Da gibt es doch gar nicht. Mir tut das ja wirklich leid für die geschlachteten Tiere, wirklich. Aber ich hab auch letztens gelesen, dass das für die Hunde auch gesund ist. Auch wenn viele sagen, nein, hm, ja. Ja, ich bin da auch immer hin und her gerissen, ne? Aber, ja. Aber dass du natürlich zwei brauchst, ist natürlich, ne? Du kannst mal verschämt zur Seite gucken. Ha, 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 verrückt da. Hab ich ja Bock bin. Verwirbel. Jan ist. icial